Heute machst du Steak. Lieber nicht, ich habe in meinem Leben schon so viele Steaks versaut. Wenn ich Steaks mache, sind sie immer außen ganz schwarz und innen roh. Irgendwie kann ich die Temperatur da nicht richtig steuern. Probier's mal mit einer kupferkehren Pfanne von Olaf. Dadurch kannst du auf viel niedrigeren Herzstufen braten. Ich probier's mal. Schneid's durch und probier's. Moment der Wahrheit. Boah, also ich dachte echt nicht, dass ich sowas schaffe. Aber liegt es in mir oder an der Pfanne?